Psychologie der Masse. Ich rede oft davon, die anderen reden oft davon. Warum? Weil die da oben wissen, dass das Ganze funktioniert, weil wir da unten, die das Spiel durchschaut haben, merken, dass das Ganze funktioniert. Und wieso? Man muss sich nur die Menschheit anschauen. Seine Verwandten, seine Freunde, seine Bekannten, einfach seine Mitmenschen. Und tada, es funktioniert. Ihr wollt ein kleines Beispiel? Nehmen wir die Maskenpflicht. Am 31.03. wurde in Deutschland die Maskenpflicht beendet. Aber seid mal ehrlich, ihr wart die Einzigen, die den Lappen nicht getragen habt. Und die anderen? Die haben Angst gehabt, ihren Lappen auszuziehen, weil man könnte ja anhecken, weil man will ja nicht auffallen. Aber als immer mehr Menschen sich entschlossen haben, ich lasse die Maske mal weg, sind die anderen nachgezogen, haben ihren Lappen auch weggelassen. Und das ist eine Kettenreaktion. Das ist Psychologie der Massen. Mir sagt das nur Folgendes aus. Die meisten haben die Regeln nicht befolgt, weil sie sie für richtig empfinden. Nein, die meisten haben die Regeln befolgt, weil sie nicht anhecken wollten. Weil sonst hätten sie die Maske ja immer noch auf. Weil, erinnert euch, unser Gesundheitsminister Lauterbach empfiehlt weiterhin die Maske im Innenraum, weil sie ja angeblich schützt. Aber wenn wir unsere Mitmenschen anschauen, die meisten tragen die Maske eben nicht mehr im Innenraum. Am Anfang schon. Jetzt nicht mehr. Weckt ihr was? Psychologie der Massen. Und ja, ich weiß, es ist schwierig. Freunde, Job, Karriere, Familie. Man hat das Gefühl, dass man mehr verliert, als dass man gewinnt. Wenn man sich endlich outet und wenn man endlich zugibt, dass man die letzten zwei bis drei Jahre von dieser Bundesregierung vorgeführt wurde. Wie viele Maßnahmen wurden verhängt, die über aller Verhältnismäßigkeit stehen. Wie viele Aussagen wurden getätigt, die im Nachhinein sich als falsch herausgestellt haben. Und trotzdem machen wir weiter. Trotzdem sind immer noch die gleichen Menschen dort oben, die uns damals schon das Falsche gesagt haben. Und trotzdem geht diese Shitshow voran. Und im Herbst werden wieder neue Maßnahmen verhängt. Wenn wir endlich mal aufstehen würden oder zumindest keine Angst mehr haben würden, uns wenigstens zu outen und zu sagen, dass wir keine Lust mehr haben auf diese Shitshow, dass wir es durchschaut haben, dass wir nicht mehr weitermachen, dass wir uns nicht mehr das fünfte, sechste, siebte, achte Mal pieksen lassen möchten, um eine Art Freiheit zu erlangen, dann wäre diese Shitshow vorbei, Leute. Aber stattdessen schauen wir lieber, ob der andere das macht. Und wenn der andere das macht, können wir ja vielleicht mitmachen. Aber wer ist der Erste, der aufsteht? Versteht ihr, was ich meine? Und die meisten hoffen ja immer noch, dass es von alleine vorbeigeht. Aber in den letzten zwei bis drei Jahren haben wir ja gemerkt, dass ganz viele Versprechen wie, Pieksen ist die Freiheit, Pieksen holt uns raus aus dieser Pandemie, dass das alles nur Floskeln waren und dass es eigentlich schlimmer wurde als damals, weil unser Leben ist nicht besser geworden, im Gegenteil. Und jetzt nochmal die Frage, warum? Warum das Ganze? Wie viele Familien müssen noch gespaltet werden? Wie viele Existenzen müssen noch vernichtet werden? Wie viele Kinderpsychiatrien müssen noch voller werden, um zu verstehen, wohin uns diese Maßnahmen geführt haben? Und nein, keinen leugnet dieses große C. Aber selbst wenn es so schlimm wäre, wie diese Pappenheimer da oben immer berichten, was tun sie denn dafür? Beispiel Schule. Sind immer noch keine Luftfilter installiert. Warum? Zwei Jahre habt ihr Zeit gehabt. Stattdessen müssen unsere Kinder im Herbst wahrscheinlich wieder den Lappen tragen und das den ganzen Tag. Vielen Dank, liebe Politiker. Ihr habt einen super Job gemacht während dieser Pandemie. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen uns endlich trauen, Nein zu sagen und keine Angst haben vor der Reaktion von anderen, die dann mit dem Finger auf uns zeigen. Weil es wird noch schlimmer, wenn wir jetzt nicht Stopp sagen. Wir laufen gerade in Richtung Unfreiheit, wenn wir nicht endlich aufhören mitzumachen. Das ist mein Statement dazu. Ich mache das schon, weil ich mich oute per Video. Ich habe auch viel zu verlieren. Ganz viele Menschen haben momentan viel zu verlieren, weil man mit dem Finger auf uns zeigt, weil man sagt, oh mein Gott, diese Schwurbler, diese Verschwörungstheoretiker, diese Nazis. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn man das einfach durchschaut hat und dieses Spiel checkt, dann lässt das einen kalt und man kann von sich, von ganzem Herzen sagen, hey, ich habe es wenigstens probiert und ich habe Widerstand geleistet. Für mich und für meine Kinder. Denn wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. In dem Sinne, haut rein und macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr euch im Herbst und im Winter aufstellt. Denn der Winter kommt und er wird sehr brisant.